Wenn du jetzt noch mehr gucken, weißt du? Ja. 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 Die Routen konnte nicht angepasst werden. Was? Nur einen Blick auf die Karte, um zur ursprünglichen Tour zurückzukommen. Geht's da runter oder nicht? Wirklich? Da geht's nicht quer rüber. Ja, das geht schon. Aber ich fahre da auch. Überstoßen. Oh, seinen Scheiss. Hey du. So einen beschissenen Weg hatte ich schon lange nicht mehr rausgesucht. Ja. Aber weißt du, der Markus ist ab Drachselau gegangen. Darum habe ich gesagt, wir müssen ab Roten Turm. Das ist viel zu weit weg von der kleinen Grossmitte. Ja. 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 Ja, weil da der Weg vom Ride rein kam. Ich habe ihn nicht groß verändert. Im Ride ist der Weg so drin gewesen. Ja. Ja. Man muss halt auch mal was sagen, wir planen lieber von woanders. Ich war hier noch nicht oben. Ich habe auch nicht. Ich habe auch nicht gesehen, es sind noch nicht viel Höhenmeter. Ja. 40 Kilometer sind es aber bloß. Das ist viel. Wie ist das noch so? Ja, ja, alles. Da, ich mich nicht an den Leid. Na ja. Ja. Da ist es sehr, was dann immer. Ich finde. Ich finde. Das ist für Sie. Das ist schwierig. Da, woanders. Ja.